Mein Name ist Marc Bielau, Marketingleiter von Rolls Royce Motorcars in Goodwood. Dieses Fahrzeug ist ein Beispiel der Home of Rolls Royce Collection. Was wir sehen, ist ein Phantom, der extra konzipiert wurde, um die zehn Jahre von Rolls Royce in Goodwood zu zelebrieren. Das Fahrzeug zeichnet sich aus durch viele nette kleine Details. Wenn man hier zum Beispiel in der Spirit of Ecstasy sieht, ist sozusagen der Höhen und der Breitengrad von Goodwood eingraviert, dass man immer eine eindeutige Referenz hat, dass wir unsere Fahrzeuge in Goodwood handfertigen. Man sieht, dass der Phantom eine sehr starke Präsenz hat. Der Grün von der Breiswand ist verfolgt. Einer unserer ikonischen Merkmale ist ein Ton-Schleim, das sich ein langes Fahrzeug zieht, die dann nochmal geziert ist von einem Motiv, das man auch im Inneren des Fahrzeugs findet. Das ist ein Kompass-Motiv. Das sieht man hier sehr dezent Ton und Ton gehalten. Was wirklich nennenswert ist, dass unser Designer und unser Handwerker diesen Kompassstein über die gesamte, wirklich imposante Länge des Fahrzeugs komplett mit der Hand auftragen. Also das zeigt wirklich ein Höchstmaß an Qualitäts- und Handwerksbestätigung. Die Vielzahl der Features sind im Inneren, da unsere Kunden insbesondere auch Handwerk, gerade im Innenraum, muss ich es natürlich am meisten auch entschätzen. Aus diesem Grund würde ich sagen, wir gehen kurz nach innen, da kann ich Ihnen ein paar Features zeigen. Was wir hier sehen, ist das imposante Armaturenbrett eines Rolls-Royce Phantom. Mit den klassischen Eyeball-Vents, die eigentlich in jedem Phantom natürlich Standard sind, aus soliden Metall. Auch der Uhr ein Zentrum, wo Sie auch wieder genau diese Koordinate finden. Also auch dieses kleine Detail, dass wir die Koordinate in den wichtigen Elementen als Fahrzeugs verwenden, ist hier ganz bedeutend. Auf was wir ganz besonders stolz sind, ist die Intasien-Arbeit. Was natürlich auch ein Stück weit die Qualität der Handwerkskunst, die wir in Goodwood produzieren, zeigt. Dieses Motiv ist inspiriert durch diese zehn Jahre und zeigt eine Metalleinlegearbeit mit dem Kompass als Zentrum von Goodwood und elf verschiedenen Hölzern, die hier sozusagen als Feuerwerk verarbeitet wurden. Elf verschiedene Hölzer übrigens, die in den vergangenen zehn Jahren in Goodwood verwendet wurden in Fahrzeugen. Und dann sich sozusagen in die Welt verteilen. Dieses Motiv, die Kompass und die Synthasien-Arbeit, zieht sich durch das gesamte Auto fort. Man sieht das sozusagen seitlich in den Türabdeckungen, als auch natürlich in den Stückereiarbeiten im Fund. Auch eine Besonderheit von Rolls-Royce sind unsere Lamswool-Carpets. Also man sieht, das ist wirklich ein tiefes Floor, das ist wirklich ein sehr hochwertiges Material. Und natürlich nochmal diese Gravur im Thread-Plate, wo man einfach sieht, dass das Fahrzeug handgefertigt aus Goodwood in England kommt. Und dann kommt die Synthesek Mike in England. Und dann kommt es an der Erachter von Rolls-Royce. Und dann kommt es an der Erachter von Rolls-Royce, mit einem aufhörigen Kompassus. Und dann kommt die Synthesek wave. Und dann kommt die Synthesekäte-Linein-Drym-Kopp. Und dann gibt es auch ein sehr hochwertiges Thema. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.